UNTERTITELUNG Mein Vater, er wurde erschossen. Meine Mama hat sich darum gekümmert, mich nach Deutschland zu bringen. Ich habe immer viel gelesen über die Türkei und den Grodenkonflikt. Und warum mein Vater ums Leben kam. UNTERTITELUNG 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 Ich hoffe, ihr habt immer eine kleine Angelegenheit. Ich möchte nicht nur an den. Ich möchte nicht, ob ich mich überraschen, aber es ist einfach nicht so, dass meine Eltern glücklich sind oder mich nicht so, dass sie dasballs, was ich nicht stoff, sondern nicht so eine Fische. Ich mach mich nur ganz überrascht. Ich weiß, dass es schwer ist in der Türkei, aber ich würde nicht niemals aufgeben. Ich muss dafür sorgen, dass den Menschen nichts passiert. Ich weiß, dass die Menschen nicht nur die Menschen nicht zufrieden, sondern auch die Menschen nicht zufrieden, sondern auch die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die